Ich bin wirklich illustriert, wirklich, wirklich. Guck mal, ich hüpfe hier, Leute. Seht ihr mich? Hallo, seht ihr mich? Ich hüpfe. Schaut mich an, ich hüpfe. Oh mein Gott, wer ist da? Ich stehe die ganze Zeit da und warte, dass du einen absnifest, aber du schiebst keinen ab. Wer schießt da? Ja, Rotpilz. Oh, wie kann ich da runter? Rotpilz, was soll das? Okay, Rotpilz, jetzt reicht es. Ja, niemand hat mir irgendwas wirklich angetan grad. Was? Okay. Ja, das war es explodiert. Ja, das war ich. Ah, ah, ich bin nicht hektisch. Lol, ist der jetzt echt daran gestorben? Er ist runtergesprungen. Und, war der Traitor? Er kann nicht nackt, hier ist überall vorher, ich hab Angst. Hä? Ah! Wir verbrennen hier oben, wir verbrennen hier oben, lol. Er war einfach inno. Bist du noch hier? Ja, ja. Ich stell dir eine Mikrowelle hin, direkt hier oben drauf, sodass jeder, der snipen will, uns ersnipen kann. Okay. Wendet ihr euch heilt, oder wat? Ja. Ich seh euch da oben, ich seh euch da oben! Und ich werde jetzt... Ich bin so gut wie tot, ich hatte noch 20 AP. Ich komm mal eben hoch. Kann ich hier irgendwie... Ah ja, so geht's. Oh ne, Alter, kannst du mal kurz weggehen? Ich bin hier oben mit Simon. Okay, 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 okay. Warte, geht das nicht? Wom geht das nicht? Halt dich wahrscheinlich schon jemand. Mordado nicht auf uns zielen. Nee. Alter, Simon wieder auf uns zielen. Hallo, ich bin hier unten. Auf mich zieh jetzt, ne? Ah, cool. Ja, geil, wie kommt man hier zart runter? Ja, ich hab vier Schaden. Oh, oh, oh! Ja! Nein! Alter? Alter! Was? Ich hab ihn auch gar nicht... Untersuch den anderen, der gestorben ist. Untersuch Tatl, bitte. Alter Simon, hast du den gerade runtergeschubst? Ich hab ihn nicht mit meiner Gravity Gun runtergeschubst. Nee, das hab ich nicht gemacht. Nee, nee. Hab ich nicht, nee, nee. Au! LOL! Was war das? War das ne Bombe? Untersuch den neuen Toten. Warte, Tatl? Da hinten liegt noch ein neuer Toter. Ah! Wer ist neu? Okay. Der hier? Wie man? Auch innocent. Das heißt? Lebt noch, lebt noch. Okay. Ehhhhh. Oh, 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 oh. WTF, die Bacher von Rumpel. Okay, hab dich gekillt. Haha! Ich war das mit der Bombe. Ich hab dich weggesprengt, Simon. Schlecht, nicht schlecht. Okay, Rumpelz ist Trater. Ich bin der Rumpel. Okay, okay, Rumpelz. Nein, Rumpelz ist der Rumpelz. Ja, ja, ja. Okay, Rumpelz. Okay, Rumpelz. Nein, Rumpelz schießt auf mich. Rumpel! Okay, Rumpelz. Okay, Rumpelz. Okay, Rumpelz. Nein, Rumpelz nicht schon wieder. Okay, Rumpelz. Nein, Rumpelz an! Nein, Rumpelz erhoff' mich abzuhl! Rumpelz, ich töte dich an! Rumpelz. Hinter dir. Guck doch mal hinter dir. Hallo! Mit Fantasie. Hallo! Rumpelz. Warum seid ihr so schnell? Warum seid ihr so schnell? Aber der geht echt langsam. Guck mal, der Typ geht echt richtig langsam. Rumpelz hat mich gerade angeballert. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Es gibt uns schon irgendeine Taste, die man halten kann. Ja, es gibt eine Schleichentaste. Normalerweise. Aber guck mal, wenn ich schleiche, bin ich so. Hey, Rumpelz. Rumpelz, lass sie mal mit der Schleichentaste da oben. Aber mit der Schleichentaste kannst du so langsam laufen, dass man deine Schritte nicht hört, weißt du? Warum? Die ist an sich praktisch, aber ich weiß nicht, welche sie ist. Was? Oh, Alter! Rumpelz hat mich getötet. Jetzt, jetzt, jetzt. Rumpelz ist hier! Das war eigentlich kein Witz von mir. Ich bin der einzige der... Der ballert da so rum wie so ein Iller. Die Tast ist eigentlich gar nicht zugeordnet, die mit dem langsam laufen. Nur bei Tim. Ich will den behinderten Tim nicht kaputt schießen. Tim, bleib stehen, ich will nicht kaputt schießen. Toll, stecken wir wieder fest. Oh, wir stecken alle fest. Ja, wir stecken nicht hier fest. Oh, da hat jemand eine Rade angerufen. Da schießt jemand, da hat jemand geschossen. Ich weiß nicht. Was ist passiert? Jetzt hat jemand unten geschossen. Ich habe den Block abgeschossen. Ich sehe Blut, ich sehe Blut. Hier ist Blut. Du bist so gut wie tot, deswegen dachte ich... Hier hat jemand geschossen. Hier hat jemand 100 pro... Hat jemand geschossen. Wenn das bei der Treppe ist, dann ist das... Wenn das Blut bei der Treppe ist, dann ist das wegen Zimbel, weil er da runter gesprungen ist. Ah ok, das ist an der Treppe. Der Zimbelmann, der Zimbelmann, der macht was in Zimbel so können. Ein Zombie ist so gut wie tot. Ja! Nicht mehr folgen. Ich habe nur die Blöcke angeschossen. Nein, nein, nicht mehr folgen. So! Ihr werdet sich hinter stehen. Simon, du hast eben meine Waffe an. So! Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Wollt ihr rein? Kommt ihr aber nicht! Alter! Ich will rein! Oh, oh! Der Aura im Kandel bitte töte mich nicht! Keine Sorge! Oh, da schießen! Da schießen Leute! Alter! Ich war... Hä? Ich glaub... Da draußen ist jemand! Da draußen ist jemand böses! Da draußen ist jemand böses! Da draußen ist jemand böses! Alter, war das jetzt jemand oder der Tat? Nein! Da draußen gibt jemand böses! Nein! Ich hab' dir gesehen! Ich lass uns die ganze Zeit wieder zuhören! Und er rumpelt! Die sind alle böse! Die sind alle böse! Die sind alle böse da draußen! Rumpelst doch rein! Rumpelst doch rein! Traitor? Warte mal zu! Warte mal zu! Warte mal zu! Traitor! Warte mal zu! Warte mal zu! Der letzte Traitor! Nein! Ich hätte doch die ganze Zeit die ganze Leute abschießen können, du Spacko! Du Spacko, ey! Wo gibt's denn denn andere Waffen? Ja! Ja, wie ich hier ausgesperrt hab! Weißte! Überleg doch mal, wer noch lebt! Würde ich jetzt sagen! Du würd' ich gar nichts sagen! Ja, wer lebt denn noch? Dann lass mal überlegen! Ja, wir! Ey! Okay, Kuddel hat mich abgeschossen! Ich hab' ihn nicht nur überredet! Warum redet Manu, wenn er tot ist? Mann! Wie oft ist Kuddel Traitor? Ja, eben! Wollte ich ja gerade damit sagen! Ich bin ein riesiges Stück Scheiße! Leute, ihr müsst immer davon ausgehen, dass er Traitor ist! Immer! Niemals! Ah! Da ist Rumpels! Ah! Boah! Ich hab' nicht geballt! Verschießt er! Ich baller' gar nicht! Ich baller' gar nicht! Ich baller' gar nicht! Ich baller' gar nicht! Das war eine Shotgun! Aua! Hast du versucht mich runterzuschmeißen? Alter! Nein! Das war eine Granate! Bitte nicht auf mich zielen! Au! Ich bin fast tot! Komm ich runter! Wenn du runterkoppst, zieh' ich kaputt! Ey! Kommt durch! Lass es doch bitte! Ich möchte noch stehen bleiben! Ich bin möglich! Ich glaube ich war ein Traitor! Jeff! LOL! Hier ist einer vor meiner Fresse gestorben! Ey! Also ich kann es aber nicht gewesen sein! Aber ey! Ey! Stopp! Bist du sauber, Tate? Ja! Manu ist die ganze Zeit hinter mir! Okay, Simon war es auf jeden Fall nicht! Es war eine Rifle! Wer von euch eine Rifle hat? Felix! Ja! Ich hab Schaden bekommen! Ich hab Schaden bekommen! Okay! Geh rein! Kannst du eine Box schreien? Rotpils, hör auf! Kannst du eine Box schreien? Ja, wenn du auf die Tür schießt! Felix! Das, was du gerade gesagt hast, ist einfach genau so wie du es gibt! Es ist Manu! Ja! Genau! Ich hab auf Manu geschossen! Und jetzt denk mal darüber nach, warum! Ja! Ich frag mich gerade, warum! Weil! Rotpils und ich, die einzigen waren, die hier waren, da ist eine Leiche gewesen! Und Rotpils hatte keine Reifel und ich hatte keine Reifel! Und das heißt... Ich hab auch keinen Reifel! Ich hab keinen getötet! Darin warst du und ein Detektiv! Das heißt... Ja, aber überleg doch mal, das Snipe hat wieder einer! Ich bin's aber wieder nicht! Ja, es können ja nur... Ja, es ist Zombie! Ja, es gibt ja zwei Traitor! Hä? Ich hab Zombie getötet! Ich hab Zombie getötet! Ich hab dir schon vier Headshots in der Runde gegeben! Und du hast einfach nie Scham bekommen! Ja, ist mir egal! Das regt mich auf, wenn man da hinzieht und das funktioniert einfach nicht! Das macht der EZ zum Spiel mich gar nicht aus! Aber ich... Es war... Als ich da oben stand, waren wir sicher, es können nur noch Zombie und GLP übrig sein! Und dann werde ich getötet dafür, dass ich auf einen Traitor schieße! Ja, tut mir ja leid! Bin ich, du hast gerade gerufen! Da ist gerade... Da ist gerade wer von meiner Fresse gestorben! Genauso wie du's gesagt hast, ist das die erste Line von diesem Traitor-Ding da, was ich aufgenommen hab! Was hab ich denn gesagt? Du hast gesagt, da ist gerade wer von meiner Fresse gestorben! Ma, warte mal! Ey, ne! Ne! So geht halt ja mal nicht! Komm raus! Mach kein Pussy-Mode! Komm raus! Mach kein Pussy-Mode! Ich bin fast tot! Warte mal eben! Ja, du versteckst dich im Haus! Ne, ich versteck mich nicht! Heil mich! Man kann sich heilen! Ja! Und, Taddle, hast dich schön gedrutscht! Ah, Sekunde mal! Ich muss das gucken! Ich probier einfach mal was aus Spaß! Ah, ich hab immer so viel Spaß bei dem Spiel! Wo bist denn du da? Seh dich da überhaupt nicht! Das ist bestimmt schon wieder ganz so anders! Ich würde gerne die Gedanken von Ropes in dem Moment sehen, dass ich mit einer Auto-Sniper-Limisch stehe! Ey, Simon! Hör auf! Sei ruhig! Und anstatt dich! Du bist tot, Simon! Simon, du bist tot! Okay, sag ich's gleich! Oh, hi! Warte mal! Ich bin Maudado! Hallo! Hallo! Scheiß, Alter! Hab ich dich getroffen damit? Warte mal, hast du einfach... Ja, hast du! Ah, fuck, Alter! Jetzt habt ihr ja so ein bisschen mit dem Namen-Ding da gespielt, ne? Ja, ich bin Maudado! Man kann auch die Schränke nicht verschieben! Ja, da hinten waren Schränke, die man verschieben! Ja, siehst du! Ja, da hinten waren Schränke, die man verschieben! Taddle! Taddle! Manu! Taddle, komm mal her! Ich bin Eno! In der Shotgun! Er geht in der Shotgun! Hallo! Ich bin... Maudado ist bei dir! Ich bin Eno, ja? Komm! Mach! Fick mich! Oh! Ja! Er wird dich niemals zuerst töten! Ich zieh dich magisch an, Odi! Simon! Du bist so anziehend auf mich! Du bist so anziehend auf mich, vor allem! Na, lass mal lieber hier rausgehen! Ich möchte nicht in so engen Räumen sein! Oh, dann magst du doch! Jetzt tut er wieder so, als wäre sie nicht gefällt! Geil! Hallo, Zombie! Hallo, Taddle! Ich hab hier gerade gesucht! Ich glaub, der Simon, der ist Traitor! Und da ist Kari! Oh, ich bin schon wieder nervös! Nein! Da ist Kari! Nein, ich bin... Vorsicht! Wenn ihr beide Traitor werdet, wär's echt kacke! Ich bin kein Traitor! Er ist aber glaub ich Traitor! Er muss halt jetzt hin! Ich hab jetzt gerade einen Schrank hier hingezogen! Für... Okay, Zombie! Au! Bisschen Angst vor euch allen! Simon hat... Manuel hat... Hey! Habe ich den ganzen Weg hierher gezogen! Habt ihr gehört? Simon hat... Sorry! Sorry Felix! Ich hab jetzt gerade gedacht, du bist Simon! Weil ich nur gesehen hab, wie Simon um die Ecke gelaufen ist! Sicher? Manuel war Inno! Rotpist war Inno! Rotpist war Inno! Und Simon war Traitor! Oh Gott! Zumindest ein Traitor! Bei dem... Alter! Hast du gerade... Hast du gerade Rotpist getötet? Ich hab Rotpist getötet, aber ich bin Detektiv! Das ist voll Blut! Achso! Okay, 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 okay! Ich dachte das wäre Simon! Ich hab nämlich nur gesehen, wie Simon um die Ecke gelaufen ist! Weil sonst wär das voll die gute Ausrede! Guck, hier kann ich die Bomber legen auf Platz A! Das ist ne... Counterstrike Map! Ja dann läd mal! Bomber! Du haben natürlich die Counterstrike Map ausgelegt! Wer ist da gerade gestorben? Wenn ich mal fragen darf! Das ist doch irgendwer gestorben! Warum ist das still? Alter! Zombay! Lebst du noch? Ja! Dann hast du gerade bestimmt... Kaddel oder so getötet! Nein Mann, ich lebe noch! Okay! Achso! Modano ja noch! Ja ja! Ich schieb mal in den Schrank! Du weißt das hier! Zombay ist... Oh! Ich schieb doch nur meinen Schrank! Oh! Modano! Ich hab grad so hart gegen meine Stirn geklatscht! Zombay, ich hab dich die ganze Zeit nicht gesehen! Ich dachte ich wäre irgendwie alleine, weil ich hab keinen anderen Traitor gefunden! Achso! Und als GLP umgebogen ist in die andere Ecke und Talia in die andere Seite, hab ich gedacht, ich töte ihn! Dann kam aber Rotbild schon von hinten und dann... Ja! Und dann hab ich gesehen, wie du um die Ecke gelaufen bist und da waren Schüsse und dann schreit Felix, es ist Simon! Und ich denk so, ja den hol ich mir! Hier in die Ecke und dann töte ich einfach auch Felix aus Versehen! Okay, hier ist jemand! Ja sicher Simon! Ja! Wir können zusammen rumlaufen, wenn wir uns nichts tun! Kaddel? Ich bin bei dir! Ich hätte schon lange getötet, glaub ich, weil wir alleine sind! Ja komm, wir sind echt ganz alleine! Hallo Maudado! Komm schon! Da hat grad einer! Achso! Mach ich! Peng, Peng, Peng! Peng, 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 Peng! Ich hatte dich äh... Ich hatte grad auch schon auf deinen Kopf gezielt, aber dann war ich leider... Ah! Es ist, es ist, es ist, es ist... Bestes Scheiße! Ich hab dich getötet! No, no, no! Ich hab nicht mehr ges... Hä? Okay! Okay! Halt, Harald! Du guckst doch komisch! Also ich find vom Verhalten her, find ich dich sehr auffällig, Manu, muss ich ganz ehrlich sagen! Wieso das denn? Weil du dich extra so hingebockt hast, sodass ich dich töten könnte und so, damit ich dir hundertprozentig glaube! Das sieht jetzt aus wie eine Maschine, ne? Aber eigentlich mach ich hier grad nicht Chemotherapie! Hä? Das hab ich gemacht, damit ich dir glauben kann! Ja, und mir kannst du jetzt glauben, aber wie kann ich dir glauben? Wie kann ich dir glauben? Dadurch, dass wir gerade uns unterhalten haben und ich dir gesagt hab, dass ich auf deinen Kopf gezielt habe! Okay! Aber dann halt Inno geworden bin und dich nicht treten konnte! Okay, Tadde! Hast du da grad jemand geworfen? Volles Gruppentreffen hier! Ja, lass uns erst mal gucken, was mit Dario passiert ist! Genau, guck mal alle mit! Weil, äh... Wo ist denn bitte Dario und Maudado? Die sind doch gerade bei dir gestorben, das haben wir mal gehört! Ja, aber wer hat ihn getötet? Ja! Außer... Außer Zombie war jeder bei uns! Hä? Ja, ich war gar nicht bei euch gewesen, eben! Du warst nicht bei uns! Deswegen... Ja, ich war am anderen Ende der Map! Okay! Ja, aber dann... Das ist ja das, was ich meine! Mach mal Platz! Ich darf einfach mal rum und such die! Aber lass uns alles zusammenlaufen! Hier ist... Ja, jetzt bin ich schon weg, wo seid ihr denn? Ich bin schon, ich bin schon alleine! Ich hab nicht mal was von den Morden mitbekommen! War da eine? Okay! Da liegt eine! Ja, dann geh mal überprüfen! Dann geh mal überprüfen! Wo liegt eine? Ich denke Dario ist Inno! Ach zwar! Ich bin alleine mit! Und... Ah, beide waren Inno! Ja, geil! Dann sind dort Zombie oder nicht? Ich hab auch vor Zombie sehr viel... Warte, 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 warte! Über-Sniper hat! Zombie hat die Über-Sniper hat! Sei mal ruhig! Die haben als allerletztes Lead-Maffei gesehen! Kuddel ist der Traitor! Kuddel? Okay, dann ist... Sorry Zombie, sorry! Ja, er hat grad Kuddel vor meiner Nase getötet! Ja, aber es gibt auch zwei oder drei Traitor! Und Kuddel war Traitor! Okay, sorry! Sorry! Oha! Tobi ist doch! Ja! Dachte ich mir schon! So, aber seid ihr alle tot? Junge, dieser Gang, wie der aussieht, wo alle liegen! Ah, wo alle liegen, okay! Ich warte jetzt einfach vier Minuten, dann hab ich gewonnen! Darf ich das? Nein! Egal wie weit mein Weg auch ist, ich nehme es in Kauf! Hör auf! Hey, ich kann da nicht rein! Ganz allein schnapp ich sie mir! Ich kenne die... Ich kenne den Zombie! Ich höre die Toten! Wo bist du? Ich lauf hier rum! Ich darf überhaupt stehen! Entscheidet doch mal! Achja... Ich höre dich! Und ich... ...sehe dich! Was ich nicht finde, ist die Zeit einfach um! Sehr schön! Ich höre die ganze Zeit im Kreislauf, Alter! Hä? Hä? Das geht mir genauso. Der wäre schärfig. Kommt mir so auf, als wenn du dich auch gar nicht bewegen würdest. Doch ich bewege mich. Ja! AIMBOT! AIMBOT! Wer hat uns getötet? Es war Kuddel, supergeil. Ich hab einfach gesagt, Zombie wärs, aber ich hab an Kuddel überhaupt nicht gedacht. Und dann dachte ich, als Kuddel rausgestellt wurde, hab ich gesagt, ach ja, gut, dann ist Kuddel gewesen. Du hast mich sogar noch in Schutz genommen. Er greift mich so an. Vor allem, ich hab ja gesehen, dass die als letztes Kuddel gesehen haben. Dann geh ich zu Zombie, komplett ohne Erwartungen. Das ist die Erschuldigung, ne, dass ich für dich kam, dann bin ich tot. Kuddel. Und dann geht's mit dem Dramat. Du hast mich recht richtig gedraut! Ich schau dir. Wir machen noch mit einer Selten-Geraden-Milch. Ich habe das eine Lcker-Siegeraden.